So hallo meine Freunde, ich habe mir etwas Neues gekauft, Holy Energy. Was das ist, werde ich euch gerne zeigen. So wollen wir uns das Ganze mal angucken. Ich habe natürlich wieder mal ein Unboxing Messer dabei. Ja, das sieht ganz gut aus. Holy Energy ist der Energy Drink. Ihr seht selber, ohne Zucker, ohne irgendwelche Scheiße da drin, ohne Taurin. Das ist Pulver, welches man selber anrollen kann. Ich habe da mal so ein Set bestellt mit verschiedenen Sorten. Alles zweifach vorhanden. Sieht auf jeden Fall sehr geil aus. Wir haben hier die verschiedensten Sorten. Das ist, wie gesagt, ohne Zucker, ohne irgendwelche Zusätze. Von Passion Pinaple zu Citrus Color. Irgendwas. Die ist natürlich alles dabei. Aber seht selbst. Ich werde dazu den einzelnen Sorten noch mal ein Video machen, wie man das anrührt. Wie das schmeckt. Und, und, und. Also seid gespannt. Holy Energy. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, setzt ein Abo. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Jemand Jenkins-K Jemand-ACH Jemand-K